Ein wunderschön herrliches Willkommen zu meinem Kanal. Heute geht es zu einer weiteren Schaltung und wir haben vor uns die Taster-Schaltung. Eine Sache fehlt uns noch, das werden wir aber am Ende des Videos dann nochmal aufbauen. Als erstes muss ich alles öffnen, richtig anordnen, dann montieren und als nächstes dann die Kabel verleden, die dann 3x, 5x und dann als nächstes zu guter Nähe alles auch noch anschließen. Das war jetzt erstmal die Taster-Schaltung. Bei mir fehlt noch eine Sache und dann können wir hier beim Ab-2-Karteller fertig machen. Jetzt bauen wir mal die Schalter weiter auf. So, nachdem endlich bei mir dieses Treppenhaus-Relais angekommen ist oder Schalter, kann man da endlich auch mal weiter bauen. Jetzt noch mal bei uns stellungen und abonnen. Wayi fit eine kleine Teile und So meine Damen und Herren, wir sind fertig. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. So, die tun wir auch alles wieder rein. So, der Moment ist gekommen. Wir schalten diese Anlage einmal an. Es läuft noch nichts. So, löst auch aus. Okay, dann drücken wir mal hier raus. Aus, an. 229 Volt, passt. An und aus. An und aus. An und aus. Es hat alles super geklappt, nachdem ich einen kleinen Fehler eingebaut habe. Aber auch wieder bemerkt habe, war da alles recht in Ordnung. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Wenn ihr weitere Technik-Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Und ich würde in Zukunft noch ein paar weitere, vielleicht auch mal aufbauen, geben. Hinter mir sind ja auch schon zwei. Einmal den normalen Schalter, bei mir hinten noch die Serienschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter. Schaut da auch sehr, sehr gerne vorbei. Aber ich sag für heute erstmal noch einen schönen guten Tag. Bis dann. Tschüss.